Die US-Band Foo Fighters hat ihre restlichen Tourtermine abgesagt, wie es in einer Mitteilung auf Instagram heißt. Mit großer Traurigkeit bestätigen die Foo Fighters die Absage aller anstehenden Tourtermine, angesichts des erschütternden Verlusts unseres Bruders Taylor Hawkins. Die Tourabsage betrifft auch das Konzert in Berlin im Juni 2022. Der Kaufpreis kann voraussichtlich demnächst erstattet werden. Infos zum Prozedere sind aktuell noch nicht bekannt gegeben worden, meldet der Rolling Stone. Der nächste Auftritt der Band ist für den 3. April bei der Grammy-Verleihung geplant. Es ist unklar, ob sie noch auftreten werden. Nach den Grammys sollten sie auf Welttournee gehen. Foo Fighters Schlagzeuger Taylor Hawkins war am 25. März tot in seinem Hotelzimmer in Kolumbiens Hauptstadt Bogota aufgefunden worden. Der Musiker wurde 50 Jahre alt. Eine toxikologische Untersuchung ergab, dass in seinem Körper 10 verschiedene Substanzen gefunden wurden, darunter THC, Antidepressiva und Opioide. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft von Kolumbien via Twitter mitgeteilt. Das war mit dem, ältesten Arbeitsplatten vorsichtig. Das war mit dem, ältesten Arbeitsplatten. Das war mit dem, ältesten Arbeitsplatten. Untertitelung des ZDF, 2020